Hallo Leute und Willkommen zu meinem allerneuesten Video. Ja, ich vermute. Also ihr seht, ich hab den normalen weißen Klonen jetzt auch so also ich hab den jetzt auch ein bisschen kustomiert. Dafür mach ich jetzt auch meine anderen Kustoms etwas detaillierter. Ja. Also da so kommen, also diese kommen linken Dinger. Alles da dran. Also ja, so sehen halt und das macht er noch bei den neuen Figuren. Ja. Dann kommen wir noch Cody. Das ist ein orangees Visier und da auch halt so komm link. Und dann habe ich hier also das ist die ganz normale Stoßtrippe halt auch dann noch so ja. Dann hier ja. Also Torso ist genau so. Rücktorso auch und Helmhaut auch. Okay, wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Ich mach jetzt sicher noch ein Video. Tschüss, bis dann. Halldorf. ommt. Und liz.